Finale bei den Demokraten, bei den Vorwahlen. Endlich gelangt man auch bei den Demokraten an ein Ende der Vorwahlen. Zu guter Letzt stand noch Washington DC auf dem Programm. 20 Delegates gab es hier zu gewinnen, also verhältnismäßig nicht so viele. Dafür ist ja auch Washington DC nicht so bevölkerungsreich, dass es eben ein entscheidend großer Anteil an Delegates nochmal gewesen ist, der hier auf dem Spiel stand. Trotzdem schauen wir auf das Ergebnis und schauen zunächst einmal auf den Zwischenstand bis dato. Vergangene Woche gab es ja diese vielen Vorwahlen noch einmal und vor allen Dingen die zwei wichtigen in Kalifornien und New Jersey. Und beide gingen dann doch relativ klar an Hillary Clinton und das waren auch wichtige Prestigerfolge. Denn man stelle sich nur mal vor, Hillary Clinton hätte Kalifornien nicht gewonnen. Dann hätte sie im Bevölkerungsstärksten Bundesstaat eine Niederlage erringen oder hinnehmen müssen. Und das hätte natürlich dann nochmal besonders weh getan. Insgesamt ging es letzte Woche also mit 391 zu 303 Delegates an Hillary Clinton. Bernie Sanders ist aber im Rennen geblieben. Man vermutet, dass er eben noch die Vizepräsidentin bestimmen möchte. Dadurch, dass er lange und zäh im Rennen bleibt, will er Hillary Clinton damit unter Druck setzen. Nun, und vielleicht ist es ja auch noch eine leise Hoffnung von Bernie Sanders, irgendwie die Superdelegates umzustimmen. Schauen wir aber jetzt erst einmal auf das Ergebnis in Washington. Washington DC, klar, für Hillary Clinton 78,68% zu 21,03% und damit letztlich nochmal 16 Delegates für Clinton, 4 für Sanders. Und so kommen wir auf folgendes Endergebnis. Hillary Clinton, 2.218 Delegierte und Bernie Sanders 1.833. Was man jetzt zumindest zusammenfassend sagen kann, ist, es ist natürlich insgesamt für Hillary Clinton etwas enttäuschend gelaufen, schwächer gelaufen, als sie es sich sicherlich erhofft hat. 2.382 Delegates hätte sie gebraucht, hat sie aber, wenn man rein auf die gebundenen Delegierten schaut, dann doch deutlich verfehlt. Bernie Sanders konnte einige Staaten gewinnen, wenige sehr klar, aber dafür trotzdem einige auf seine Seite ziehen. Und das zeigt dann doch schon, inwieweit auch die Demokraten unentschieden sind innerhalb der eigenen Partei, wenn jemand wie Bernie Sanders lange, lange Clinton die Stirn bieten kann und selbst noch bis zum Ende durchhält und mit 1.833 Delegates gar nicht mal so schlecht dasteht. Das zeigt aber auch, die Demokraten sind im Grunde in diese zwei Flügel unterteilt. Einen, der mehr so in der Mitte liegt, der also hinter Clinton ist und hinter Clinton steht und ein linker Flügel, der hinter Sanders steht. Und es wird natürlich jetzt spannend sein, inwieweit Hillary Clinton es gelingen wird, diesen Flügel an sich zu ziehen. Gut, natürlich ist die Sache jetzt de facto natürlich noch nicht entschieden, denn erst auf dem Parteitag kommt es dann zur Nominierung, außer Bernie Sanders wirft jetzt noch hin, aber warum sollte er jetzt noch hinwerfen? Jetzt hat er schon alles so lange durchgezogen. Schauen wir aber trotzdem kurz auf die Super Delegates, denn diese entscheiden ja jetzt letztendlich dieses Rennen. 2.382 braucht Hillary Clinton, sie ist ja jetzt bei 2.218, wie wir es hier nochmal sehen können. Und das heißt, ihr fehlen ja eigentlich nur noch etwas weniger als 170, also 164, wenn man ganz genau ist, Super Delegates. Und wie es momentan aussieht, übersteigt sie diese Marke ganz locker. 543 haben ihre Unterstützung bekundet für Hillary Clinton. Nur 48 stehen hinter Sanders. Einer steht noch unter O'Malley und es gibt insgesamt 714 Super Delegates. Theoretisch und rein rechnerisch, das kann man ja hier sehen, könnte Bernie Sanders noch die Kandidatur bekommen, aber nun, dafür müsste er im Grunde alle 543 Super Delegates von Hillary Clinton abjagen. Das also erscheint eher unwahrscheinlich und so dürfen wir uns auch auf das Rennen Clinton vs. Trump einstellen. Und damit sind wir im Grunde jetzt auch am Ende dieses Videos angelangt. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die die Vorwahlvideos immer wieder geschaut haben, teilweise auch kommentiert haben. Es war ja eigentlich auch ganz interessant, auch zu sehen, wie sich das entwickelt bei Demokraten und Republikanern. Sie haben im Grunde ein etwas verschiedenes Vorwahlsystem. Bernie Sanders hat es ja auch einmal meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, angedeutet. Er findet natürlich dieses System auch bei den Demokraten sehr merkwürdig. Und man kann sich tatsächlich fragen, was wäre, wenn es die Super Delegates nicht geben würde? Würde dann Bernie Sanders tatsächlich jetzt eigentlich fast keine Chancen mehr haben? Denn natürlich ist es schon die Frage, ist es so, dass wenn von vornherein, und das war ja so, von vornherein ein Großteil dieser Super Delegates hinter Hillary Clinton steht, ist es dann nicht so, dass sich dann auch die Bevölkerung davon beeinflussen lässt? Ich glaube, Hillary Clinton ist mit rund 400 Delegates gestartet, mit 400 Super Delegates, die hinter Clinton standen. Dann heißt das einfach nur im Umkehrschluss, jemand wie Sanders startet mit 400 Delegates Rückstand auf Hillary Clinton. Und insofern ist das natürlich schwierig, gleich von Beginn an eine Aufholjagd zu starten. Gut, die mathematische Wahrheit sah natürlich zwischenzeitlich etwas anders aus. Die Super Delegates darf man natürlich nicht mitrechnen, aber trotzdem, es könnte einen Einfluss gehabt haben. Wie dem auch sei, damit sind wir am Ende. Und eine kleine Empfehlung, natürlich geht es weiter mit Videos zur US-Wahl. Immerhin steht ja das, worum es geht, im Grunde noch an. Also das ist ja noch etwas, was in der Zukunft ist. Das heißt, wir sollten jetzt langsam auch mal schauen, wie sieht es aus, Clinton vs. Trump. Und dazu wird es regelmäßig auch mal Videos geben. Gestern habe ich eins veröffentlicht, um mal wieder zu schauen, wie sind die aktuellen Umfragewerte, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Stand also 14. Juni 2016. Wer es möchte, kann es sich ansehen. Unten in der Beschreibung ist die Verlinkung. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Vielen Dank.